Hallo, haben Sie Lust auf eine Massage? Ich? Gerne. Ja, sehr gerne. Toll! Hätten Sie 10 Minuten? Und jetzt? Wo ist denn die Massage? In dem Auto. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, sauber, Socki. Darf ich einfach ausprobieren? Ah! Nee, nicht mein Ding. Ah, jetzt oder jetzt hier wieder was? Vielleicht ein bisschen stärker, weil das ist ein bisschen schwach. Welle kreisen. Stretch. Stretch. Fußmassage irgendwie. Wahnsinn. Äh, so oder draufstellen? Ja, so. Da muss ich meine Schuhe ausziehen. Hey, meine Socken kenn ich gar nichts an. Ich kenne mich sehr mehr. Dann könnte man fahren bis Italien. Kann man nur jedem empfehlen. Da rutscht der Bodenzug aus. Mhm. Das ist ein lustiges Programm. Was ist das für ein Gefühl? Hm. Hm. Freut mich. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Nee. Tut mir leid. Nee. Ihhh. Ja süß. Ich bin scherz. Ich bin scherz. Ich bin von dort dabei. Ich bin da dabei. Und du bist ja süß. Es ist müde. Tut mir leid. Es ist gut, es ist availability, Entzündet das hier nicht. Leute, ich bin da dran dran. Untertitelung des ZDF, 2020